so und da begrüße ich alle ganz herzlich zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe wir sind wieder im euro tracks in malato 2 und ich nehme gerade eine folge nach der anderen auf was mir so viel spaß macht und ich frage mich ehrlich knacken wir heute die 200.000 schauen wir mal wir haben hier 190.420 ich gucke jetzt mal nach dem schnellauftrag klar seht ihr 42.000 der wäre natürlich genial aber ganz ehrlich leute der ist mir einfach ein bisschen auch zu weit und immer auch zu anstrengend ich habe mir überlegt von salzburg nach hannover der sieht ganz gut aus rindfleisch muss gekühlt werden ja kommt nehmen wir einfach mal an und dann dürften wir auch wenn nichts größeres dazwischen kommt tatsächlich dürften wir auch wunderbar das ganze meistern von der zeit her 763 kilometer dann würde ich mal sagen fahren wir mal bin ich mal sehr sehr gespannt und freue mich natürlich dass ihr wieder mit dabei seid und wieder mit am start seid bin ich echt gespannt wie das ganze so wird dienstag um zwei uhr kommen wir an also ihr seht übernachten müssen wir auf jeden fall noch irgendwo aber das mache ich wahrscheinlich unterwegs weil sonst sonst wird das glaube ich einfach ein klein bisschen zu langweilig respektive zu kur was heißt zu langweilig ein klein bisschen zu krass wenn ich da einfach hier dann erst komme ich muss ja auch darüber nacht noch irgendwo bin ich mal gespannt wo ich das mache aber bestimmt jetzt noch nicht aber wahrscheinlich so in 10 15 minuten mal gucken noch was die audioqualität angeht muss ich sagen bin ich doch sehr überrascht dass ich jetzt durch dass ich das ja noch ein bisschen lauter dreh dann sollte man auf jeden fall auch den das lkw brummen auch hören es wäre sonst noch ziemlich leise würde ich mal sagen so nebenbei willkommen in salzburg tatsächlich schön wollte ich eh immer auch mal hin und mir das ganze mal so ein bisschen anschauen wie sieht salzburg aus und so weiter so dann biegen wir doch mal rechts ab ne das ist halt so ist auch das schöne dran wie ich finde etwas fällt mir jetzt gerade noch auf grafik und zwar helligkeit ein klein bisschen höher weil die doch irgendwie habe ich immer auch schon so ein bisschen eindruck gehabt doch ein bisschen dunkel alles ist und das sieht dann so ja nicht wirklich schön aus finde ich deswegen ist glaube ich so jetzt viel angenehmer wie gesagt da können wir eure meinung in die kommentare schreiben und auch was für eine route ich als nächstes fahren soll ich meine die sind ja immer quasi immer so ein bisschen anders aber ihr könnt mir ja gerne mal so eure meinung in die kommentare klippen und dann bleiben sie immer geradeaus was ich mal so fahren sollte an der route jetzt muss er natürlich enorm bremsen weil 40 ist nur erlaubt genau und sonst motzt die dame wieder du bist zu schnell das muss auch nicht sein ja ja wunderbar er hat den berg geschafft super jetzt kann ich endlich mal hier gas geben ich würde sagen die schlaftour mache ich dann wahrscheinlich bei der bei der nächsten raster mal gucken schauen wir mal weil es ist ja auch so ein bisschen man muss ja auch so ein bisschen gesunde balance finden ja komm ich versuch es hier mit mir schlafen grad mal ne probieren wir es einfach mal ich sehe ob es passt oder nicht 11 22 und bis wann habe ich abgabedingen seht ihr das passt wunderbar wenn man es natürlich nachts nicht fahren dürfte aber hoffentlich kommen die polente nicht das wäre dann nicht so toll ne aber ich denke mal das war jetzt eine gute entscheidung soll ich jetzt noch tanken fahren na komm ich fahre noch kurz tanken weil dann ist der wagen auch voll und da muss ich mir erst wieder gedanken machen wenn ich dann dort bin so zack wunderbar dann tanken wir mal für 1 27 der liter diesel mein so ein lkw frist verschluckt ja doch eine ganze menge ich habe ich dann so mit 500 liter etwa weil er halt nicht ganz voll war mhm tatsache und weiter geht's ich kann mich noch erinnern ich hatte mal eine zeit tatsächlich da wollte ich ich kann wunderbar da ähm da wollte ich unbedingt egal wie nicht tanken weil ich immer dachte ja vielleicht muss ich den ja doch selber zahlen den muss ich aber nur selber zahlen weil ich eine eigene firma hab dann und sonst nicht deswegen lohnt es sich finde ich einfach auch enorm große routen ähm was die distanz angeht zu machen das lohnt sich hi was denn da los wow seht ihr das war jetzt knapp der musste jetzt echt gerade durch ne und dann und dann oh se minik hat's wieder buff und peng gemacht ne hab ich jetzt irgendeinen schaden davon ne gut apropos was diese 1 prozent sache angeht das haben wir jetzt haben wir jetzt abonnent mal erklärt das ist ganz normaler verschleiß deswegen steht doch immer 1 prozent sache angeht und das äh das sei aber ganz normal da war ich doch sehr beruhigt ne weil ich wirklich dachte so na vielleicht bin ich doch irgendwo dagegen gekommen wo ich nicht hätte dürfen sollen müssen ne aber nein das sind ganz normale gebrauchsspulen das wird lieber gebrauch reifen oder so deswegen ja kann ich rüber er lässt mich hoppala ja danke kollege ne und ihr seht es wird auf jeden fall ne etwas ja ich sage es mal etwas längere fahrt als sonst aber ich bin da wie gesagt gut vorbereitet und es macht mir wie gesagt unheimlich viel spaß es ist ähm ja klar für es gibt welche die fahren die die spielen gerne assassin's greed oder oder omsi oder bussmallator ich finde lkw fahren ganz toll und ich werde auf jeden fall auch noch vom bussmallator 18 noch ein paar tolle videos machen und werde auf jeden fall noch astrogon fragen betrifft wegen dem bussmallator 21 wegen dem key dann werde ich aber auf jeden fall auch da richtig schöne videos raushauen weil es mir einfach Freude bereitet und wie im letzten video auch schon angekündigt ich wollte ja eigentlich auch den flight simulator den neuen auf herz und mir testen muss aber ganz ehrlich sagen dass das für mich nicht so rentabel ist nicht es geht mir nicht darum dass ich ihn nicht raus finanzieren hätte können mit den videos es geht mir vielmehr darum dass es mir keinen spaß macht weil man muss ja auch in man muss ja auch das ganze in also ich persönlich würde das ganze in real time dann machen wenn ich jetzt irgendwie was weiß ich von san franzisco nach irgendwie was weiß ich berlin randenburg der neue der jetzt hoffentlich eröffnet wird irgendwann noch dieses jahr hoffentlich das sind halt alles so so sachen da fliegt man mal schon mal fünf sechs stunden und das in einem video zu quetschen klar könnte ich hier mit zoom funktion mit zweifacher reifacher geschwindigkeit arbeiten aber ganz ehrlich ist das ist das was die leute sehen wollen bei meinen videos nein oder genau deswegen mache ich sowas auch nicht und deswegen mehr also ich halte davon auch nicht ich finde wenn dann sollte man real fliegen von der zeit und wie ich ja auch schon erwähnt habe im letzten video ich hatte tatsächlich und am vorletzten sogar ich hatte eine airline virtuelle die nennt sich german travel airline die gibt es tatsächlich immer noch wird vom lieben kollegen lucas es geleitet noch respektive doch die gibt es immer noch und ähm das ist für mich schon sehr sehr interessant weil mich das einfach auch ja doch sehr sehr angefixt hat früher auch mit der airline und und ja das waren einfach so richtig 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 schöne zeiten mit der airline und ja ich fand es einfach super und es war einfach traumhaft und ähm bin dann mal sehr sehr gespannt was da so noch kommt aber ich für meinen teil muss ganz klar sagen was die ganze geschichte mit virtuellen airlines angeht und so bin ich komplett ja raus weil ich habe die airline damals zusammen mit lukas und ach gott ich glaube mit sascha auch gegründet respektive meine meine aller allererste airline das weiß ich noch war skyfly das weiß ich noch dann bin ich mit ceo geworden und am ende eigentlich kompletter ceo von alp airlines das weiß ich auch noch und ähm das war damals noch in der schulzeit dann gab es ja die airline germtravel airline die ich damals gegründet habe zusammen mit lukas und ich glaube sascha und tim da kamen 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 später dazu das weiß ich noch es waren aber wirklich so richtig richtig lustige sachen ach ja das das sind so zeiten an denen man sich immer wieder gerne zurück erinnert wo ich immer auch selber wieder sagen muss ach ja herrlich diese zeiten in denen er so in erinnerungen schwelgt und und in erinnerungen sich quasi durchwühlt und das ist einfach herrlich das einfach auch so noch zu sehen und 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 einfach wieder alles auf aufleben zu lassen und ja das ist herrlich wir haben als airline system weil es muss ja auch auf irgendwas beruhen und zwar haben wir da tatsächlich kann ich mich noch ganz gut daran erinnern das system gibt es leider so nicht mehr wo wir das damals getestet haben und zwar war das das airline airline management system von simfly.eu das gibt es so leider gar nicht mehr das hat die flugdaten aufgezeichnet dass du von a nach b bist wie viele passagiere und so weiter war interessant hat aber den nachteil zum beispiel gehabt es war nicht so intelligent das system wir zum beispiel wenn wir das mal nennen können das system von fs airlines von fs airlines das flight simulator airlines auch abkürzung war sehr sehr spannend wie ich finde und ja danke und und das hatte halt den riesen vorteil du konntest eine maschine gut das konntest du natürlich auch dort machen ne aber es hatte einfach den riesen riesengroßen vorteil dass du und das habe ich als vorteil angesehen gegenüber simfly du hast treibstoff auch bezahlen müssen und je nachdem welchem airport du warst war er unterschiedlich ja günstig und das war halt dann wirklich eine richtig richtig schöne sache wenn man einfach dann was weiß ich nach honolulu geflogen ist mit dem flugzeug und dieses flugzeug ja war es es war einfach spannend mit diesem flug dann zu landen und 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 einfach günstig voll zu tanken ich glaube das günstigste war 99 cent pro liter oder pro gallon irgendwie sowas und das teuerste war glaube ich in frankfurt 1,60 1,64 also enorm da konnte man meines wissens nach noch auch die ticketpreise gestalten so ein bisschen wie viel verlangst du für a b c glaube ich und wenn die maschine in der reparatur sind dann waren die auch reelle drei vier tage in der reparatur also das heißt nicht oder wie soll ich sagen da war nicht der unter der war jetzt es war jetzt nicht so dass ich jetzt sagt oh cool ich schicke eine maschine in die werkstatt in zwei minuten ist sie fertig nein das war nicht der fall sondern es war es war es war wirklich reelle drei bis vier tage wo so ein art check so so ein komplett check durchgeführt wurde von der maschine ja da musste man halt auch ich sag mal ersatzmaschinen haben und die waren jetzt auch nicht gerade günstig und so hat man eigentlich wirklich gutes wirtschaftssystem auch gehabt bei FS Airlines vor allem es hat auch die landung bewertet und je nachdem wie hart du aufgesetzt bist hat das system und das finde ich richtig richtig toll auch bewertet und gesagt hey okay wie kannst du noch einfacher landen weil je nachdem wie sehr du gelandet bist hast du auch entsprechend viel schaden an der maschine hinterlassen und da kann ich mich noch ich nenne den namen jetzt nicht aber es gab da auch ein zwei spezialisten die die maschine dermaßen hart in den sand gesetzt haben ja dass die maschine erstmal in den art check musste bitte rechts halten und der art check war meines wissens nach der äh seht ihr hier heine heine yeses gott vor lauter vor lauter reden ne vergisst man doch grad die Auswahl auf jeden fall es war halt wirklich sehr sehr faszinierend sehr sehr spannend und ja da gab es auch einstellungsgespräche weil wir hatten kurzzeitig ich glaube sogar 40 45 piloten kurzzeitig die auch geflogen sind und da gab es immer auch online dort so eine statistik welche airline fliegt wie und 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 welche airline hat das meiste geld in den letzten vier und 20 stunden erwirtschaftet weil da haben wir uns halt immer so ein bisschen mit den großen gemessen ne german flight center und wie die alle hießen die großen airlines virtuellen airlines TUI äh gibt es auch die haben ja auch glaube ich eine erlaubnis sogar von der TUI airlines selber dass sie TUI airlines glaube ich heißen dürfen und äh ja das sind alles so so sachen wo ich sagen muss ach das war herrlich das ist ich weiß noch ich ähm ich hab da stundenlang am PC gesessen und äh hab das das ist so ein bisschen primitiv wenn ich mir das heute überlege da hab ich mit meinem PC den ich damals geschenkt bekommen habe wir reden vom Jahr 2000 jetzt muss ich grad mal überlegen wann hab ich den geschenkt bekommen 2006 da war noch nicht so viel mit high end gamer karte mit 12 gigabyte grafik speicher das waren das waren äh Fujitsu Siemens mit einem amd phantom 9600 quad core mit 2,4 oder waren das 2,66 keine ahnung auf jeden fall über 2 gigahertz liter prozessor und da war es halt tatsächlich so das ding hatte nur 2 gigabyte ram als grafikkarte habe ich da eine radeon hd hd 3850 rein bekommen bzw das war so ein komplett PC wo meine Eltern gekauft haben bei einem Elektrofachhändler in der Nähe wo wir wohnen und das war echt krass wenn man sich das so überlegt mit radeon hd 3850 mit 512 megabyte grafik speicher ähm und 2 gigabyte fest äh 2 gigabyte ram hatte das ding noch das weiß ich noch und als festplatte hatte ich ich glaube mit 320 gigabyte festplatte da waren auch nichts mit ssds es gab ssds damals zwar auch schon aber die waren sack teuer meines wissens nach die waren sack teuer es waren diese diese speziellen steckkarten ssds also hilfe